es anfangen es kann schon anfangen läuft es schon der Rekordlof die Schöne Gottlof Gottlof komm her, du Simulant ah ja Simulant sagte genau wer ist ja alle drei läuft es jetzt schon ja mann das ist ja geil der Gottlof hat es aber trotzdem verdient Philipp Lohr ist es mal still sein bitte ich muss mich vorher konzentrieren wir spielen Monster Hunter du Lerbe gehst du im normalen Gebiet alter Chinuga und Dobo sind da aber keiner ist in dem Gebiet ach so ja klar du cheat der ist hier drüben hol ich einen Hockenschuss ich komm nur mehr raus ich komm nur mehr raus hast du nix hast du nen HP Hack weil wusstest du dann dass die beiden da sind in dem du Start und Quest Info drückst und da steht bei beiden 0 von 1 anstatt Strich von 1 der Strich von 1 hihihi hihihi äh ja der ich hab so bei der Welt ja welchen wollte es ist erst mal ein Spieler die G1 heuer als er gewollt sind die G1 ja ich weiß ich nicht ich bin kleine Eier ich wollte mit einer Eier ja durch kleine Eier weil letztens Deine Mutti zu dir gesagt? Hat irgendjemand... Wer hat denn das gesagt? Mutter Hiba hat es vorher gesagt. Ja. Ja. Hiba hat vorher gemeint, ja, du hast voll kleine Eier. Hä? Ich kann nicht. Das ist shit. What the shit? Das hab ich gehört. Hä, das hab ich halt echt nicht gesagt. Und wie du es gesagt hast, what the shit? Ja, wie soll man sonst drauf kommen? Weil ich es gesagt habe. Adi Roy, jedes Mal wieder in die Kugel rein von dem. Ich komme jetzt mal zu dir, Stroh. Hiba, warum hat das kein Auto nachladen? Weil das von Assis ist. Es gibt kein Auto nachladen in dem Spiel. Echt jetzt? Ich seh nix, Mann. Aber es gibt keine Auto nachladen. Alter, was für ein Drecksspiel. Gekauft es. Ganz schlecht. Ich hab's mir gekauft, also werde ich so wieder verkaufen. Oh. Roll. Da mach ich ihn gleich wütend mit nem Mega Mega Supercharge. Nein, es ist nicht. Stroh geht zur Seite. Ich bin schon so gut. Da hätten wohl Faye Gato. Hey, das ist ein Full Gato. Leute, das ist auch von dem Bodycheck-up bekommen bei mir. Full Gato. Das to hit. Ha, Full Gato. Was mit der normaler BG auch Schaden? Wie so ein Behindertes. Oh mein goodness. Wie ich's blockt habe, ey. Was du blockst mit dem Geholtvieh? Da muss ich schon auf die Höcke gehen, bei dem Vieh, gell? Ja. Du machst bei 96% Damage, wenn sie kaputt sind. Ja, aber nur mit Cut & Impact und nicht mit Gun. Außerdem nicht mit Gun. Du kannst auf ein Teil ausschießen. Das ist ein Strudermasch auf hier mit Gun. Boah! Der fliegt. Ah, ich soll nicht auf den Teil gehen, gell? K.O. Ja gut, ich habe ihn mal getreutend getroffen. Nein, die Höcker sind da hinten. Ich komm nicht hin. Ha, kann man nix machen. Ey, ich treff ihn nicht. Was du hör, den machst du denn? Da bist du besoffener Schwanzkarten. Ach so, okay. Pitiful. Was ist los? Pitiful trip. Alter, lass ich mal aufhören. Der verfolgt mich. Boah! Ich hab mich erwischt, ja. Lunguru. Gibt's das auch. Das ist so, die Lärmherz stecken. Oh, so ein Steckere. Wenn du den immer steckern lässt, kann ihn nicht treffen. Dann bringe ich zu der Fallgrube. Dann haust du auf den Rücken. Auf den Rücken, Philipp. Wer der ist in der Fallgrube. Ich. Irgendwie steht da drauf und wer will er rein. Hey, der Zettel ist schon, wow. Ja, toll. Alter, hoffentlich trefflich. Die Waffe hat ja Affi. Ja, 100% am Rücken. Echt? Schwachsteinwirkung und die Erkannte Ambruchstatt Soja 50. Einem Schlag das Ding kaputt gemacht. Ja. Ich hab's kaputt gemacht. Strobe hat auch schon tausendmal drauf geschossen. Und ich hab einmal drauf geschlagen. Also hab's ich mit einmal kaputt gemacht. Ja, du bist es einfach. Ey, ich werd die ganze Zeit von den Viech erwischt. So schlecht. Mir hat's noch gar nicht getroffen. Ja. Wow, du stehst 20 Kilometer weg und vermietest ich da mit deiner Dinge rein. Losfälle brennt auf. Ich bin noch nicht die Schena Herz, ich bin Schena Herz. Ich bin so dumm. Strobe schießt auf die Beine, wenn er den Angriff macht. Echt gehift. Gipf der um. Ja, dann fährt er um und macht nur das hier. Ja. Warum das ist doch auch cool. Ich interessiere mich. Ey, der trifft mich immer der hässliche Lungo. Der hat kleine Eie. Jetzt hast du disst, man. Puh. Ey, jetzt ist das schon wieder mit dem Rücken da dran. Hell-Gin-Uga ist da. Echt? Ja. Hat jemand Code dabei? Nö. Na, Epic Fails. 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 Super Stecker-Tier am Tail, wenn er K.O. ist. Mach dich kaputt. Jun. Jun. Der Gin-Uga wird jetzt gleich Rage, der. Warum wird der Rage? Weil der vorhin schon mal geladen hat, wo ich da war. Wollt ihr den weitermachen oder den Dobo? Aua. Dobo. Ich sterb. Aha. Wir wollten doch über ein Thema reden. Hä, kleine Eier, ja. Du kannst gern loslegen, ist mir egal. Wo ist der Dobo? Ich hab jetzt irgendwie keine Lust, darüber zu reden. Okay. Dann halt nicht. Ist mir eigentlich egal, was du tust. Du wolltest schon über Pokémon reden oder so? Ja. Hä? Ja, auch über die Anfangszeiten von dem Spiel. Ach so. Ich brauch volle Konzentration, ich kann ja nicht reden. Alter! Wie mir das mich ankotzt! Nein! Was ist los? Zieh, das wär dann drauf, Heber! Ja! Heber! Ich mach sie! Haha, Kopf kaputt! Das Schena, das Schena hat sie nicht voll scheiße. Sie voll assig auf irgendwie. Was soll denn Schena bedeuten, Heber? Schena ist der Name von einem Charakter aus Tails. Die hat Digitin. Oh mein Gott, Tails! Das beste Game auf Gottes Ehren. Das ist wohl mit Abstand langweiligste Spiel. Heber, ich hol mir vor P's, 3, Tays of Xillia. Heber, ich hol mir vor P's, 3, Tays of Xillia. Ja, man, nein. Und Tays of Scraises, hol immer nur. Und Tays of Phelis. Wenn es cool gewesen wäre, Schäb, ich sag Tays of Fagness. Ja, für dich. Ja, für dich. Nur dann wär ich cool gewesen. Nur dann wär's cool gewesen. Auf Fagness. Rösen, Beere, Nadelbeere. Die wollen uns bestimmt alle sehen, wie wir im echten Leben ausschauen. Okay, wir sehen aus wie Kot. Jetzt wissen sie. Ja, ich seh gut aus, aber Heber und so nicht. Kann der vielleicht mal den Drehangriff machen, damit's noch aufs Maul haut? Kann der mal nichts machen? Ja, das wär auch ne Option. Das war grad ein schlechter Witz. Jetzt macht er den Drehangriff. Jetzt haut sie ihn auf den Rück. Ja, du hast vergessen gehabt, wie man zielt. Komm her, Rücken. Ach ne, Philipp, du auf den Rücken. Ich mach. Headdick. Headdick. Bangdick. Boah. Und jetzt. Mega tausend heftig der Nebenteil. Mega tausend heftig der Nebenteil. Mega tausend heftig der Nebenteil. Jetzt will er fressen. Der Hund. Sollen wir den Käpt'n? Nehmen wir den Käpt'n nicht. Das heißt Monster Killer, das Spiel. Und nicht irgendwie anders. Monster Killer. Heißt das irgendwie Monster Capper oder so? Jetzt kann ich über den Läschter. Boah, bin durchgemollt. Nice. Hä, echt? Ja. Jetzt kann man über den Läschter und ich hab den immerhin geblockt. Hehehehe. Die Eber hat Monster Killer Bilder blockt. Ich fand den ja cool. Ja. war der größte Fan. Der größte Fan. Der größte Fan wird blockt. Wer ist der nächste größte Fan? Eins, zwei. Wer ist unser größter Fan? Der uns hat drauf drin. Aua. Die Beine auf die Beine. Was macht ihr jetzt kaputt? Ja? Ja, ich wollte jetzt eigentlich drauf schießen. So. Aber wo ist jetzt der Genuga? Alter ist nicht so schlecht. Ich hab schon ewig für den drauf, ey. Schon voll bitter. Ha, ha, ha. Acht Minuten. Ja, geh gar nicht, der Ewe. Wie will man mal dazu? Ja, ich bin mal ein wenig besser, ey. Schon. Du bist schon mit Abstande baggy fitzisch, der heute was gibt. Ja, man. Ja, pfeil war ein Sprenger. Ey, der ist immer nur Raged. Ach so, der wird ja nicht durch die Zeit Raged. Komm mal, ey. Rage mal. Alter, oh, er versteht nicht gemäut. Ja, fast. Ich kann schon mal das Timing, also. Bei dem muss jetzt auf den Kopf gehen. Alter, ich check die Attacken doch nicht. Das ist ganz klein. Äh, draus werden. Und dann soll ich's mit Großschwert machen, ey. Wow. Wow. Jetzt soll hier wohl, lock dich mal da nein. Mach mal hin. Ja, klar ist, ist gut. Ah, für den Ball. Oh. Was ist denn denn? Was ist denn denn? Was ist denn denn? Hiero Block nicht. Danke. Die Safety Stroh. Ja, wieso geht denn denn nur auf mich? Ja, komm mal rein zur Falle. Was ist denn die Falle? Ja, was ist denn das? So ein Baggy Fitch Game. Oh, Gott sei Dank ist das nicht zu dir Stroh. Das wär's richtig. Ja. Am Kopf, gell? Ja. Hier. Bam, bam, bam. Ich will hier Damage wie... Oh yeah. Wie eine Damageure. Und... Nein! Nein! Ich werd echt daneben geschlagen. Ja, weil der mich mit dem Fuß wegschoben hat, der Fettsack. Und... Oh Gott, hier hab' ich noch getroffenen zur Super Raid und... Getroffen. Das kennen wir gar nicht. Super Raid. Und er sucht zusammen und verliert seine ganze Voltoball-Ladung. Voltoball. Voltoball. Das hab' ich noch nicht fangen. Das hab' ich noch nicht gefangen. Strohbe, ich hab äh... Strohbe, ich hab äh... Strohbe, ich hab äh... Strohbe, wir haben am Freitag einen Film in Chemie angeschaut. Der über Pokémon ging. Ja! Ging halt echt. Oder ich bin halt dadurch auf Pokémon kommen. Ja, oh... Du hast bestimmt... Da war nicht stimmt... Halt mal jetzt mal... Halt mal jetzt mal... Da war bestimmt... Juraq. 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 Anderslandrottel. Elekt Silk Team ist ja so cool. Ja, gibt's irgendwie so in Folge... äh, kommt so Tozzi die... oggi ist REALWASH 1IVG... Das wollte ich mal meinen Bank an! Oooo, das warührende. Das war keiner da! Nein, nein... HALT die Fresse. Halt die Fresse. Oh, war das geil. Was ist passiert? Und hier wird zu Attacke machen. Ich geb ihm so voll aufs Maul. Ähm, weißt? Wie so Ali Murat Rashid. Und dann ist er voll nachobi transcut. Und er hat nach Mama geschrien, weißt? L ammon. Ali Murat und Rashid. Speed Food 1'its gies. die Boxen nicht zu gut auch für bereit kommen auf die Stimme machen Frau bin ich im wahr nachher sind sie hat sie empfangen nicht ja aber nicht mal ich sage ich sage genau gar nicht das ist das ist mit der Frisur was ich zu tun das ist jetzt das Bild ich weiß was man schützt hat er wieder an die Anstattung er hat wir und er ist ein Buch auf alle groß schaffiert ich habe es zu sagen und stück ich sag mal lassen über das Thema die wir reden ich hätte im Krieg gibt es kein haupt sauen ich bin ja neger maximal pigmentiert ihr seid alle homosexuell ach egal was für ein monster kommt das kommt hundertprozentig nicht in dem gebiet also kann ich keine aussagen das kann ich die auslösen das ist auch zwei linken und rome von fernigemokult ich hab wohl die rutsche immer wieder hast eine ganze rüstung meint das von denen geht es halt nur still wo es ist die die irgendwie ist schreit bei mir und ich sehe kein fies wie sagt es bei mir auch erschienen was bei jedem schreit wo ich das das war das jetzt nager oder den anderen nager würde hier kommen nein oberhalb der assist das heißt die wir lassen uns überraschen ja das ist was ich denke wenn es das ist was ich denke machen wir das monster net ganz sicher doch wir sagen wir machen jetzt machen hier die erste sich um die erste sich hier die angeblich die vier so wenn das wirklich das ist was ich denke und er bringt sich jetzt gleich um war er alles geht es war das kann es sein nicht schauen nicht auf die wirkung bei der bauste jetzt ein netz-boilern orgo hat er ist er ist auch ein zwangene ja eigentlich dass er nicht Goldratien und die hast du ja schon ja man ist noch schlimmer Preise die Schreie haben im Feuerhammer eigentlich haben vorher Großschwert hieberstot Jürgen alt sind keine Ahnung von dem Monster ich hab das richtig die Fremde sehr cool werden soll ich ja nicht mehr lässt dabei die werden sich auch schnell damit noch nicht mehr Prozent tausend Jahre dafür tausend eine Nacht tausendmal die Ried tausendmal ist nichts passiert tausendmal ist eine Nieder oder 6400 hatte ich bin den Weg mit in die Höhle also der Rater das hat 6400 der KZP die Gutkanzchen hätten also über drei Fläscher war am K.O. was das ist gar nicht so Strobel entweder Flügel oder Rücken Strobel entweder entweder Flügel oder oh bitte sag mir das ich ja und nein sie haben dabei habt ihr irgendwelche Fallen dabei ja ich habe Schockfalle oh Gott sei dank wenigstens etwas zu bestimmen welcher er hat sogar eine Pitfalle oder dabei Sitzenswink ich bin reinkippt vor allem am Kopf aber es ist so heftig heftig Gs gegen Silberater ist die Abfuckung hochtausend aber ich gehe halt auf den Tail Skyshire Skyshire ganz sicher sonst ist ich jetzt pass auf jetzt kommt der Geist der Angriff oder ja jetzt macht er den Ekligen pass auf was für Ekligen so eklig er da also was ist das den hasse ich so ich kenne dich der Tackle also der macht Damage Phil du legst ja fast schlechte Fallen wie ich hä das haben die Eklige zwar meine du legst ja fast schlechte Fallen wie ich oh ja also gut kann der voll den langen Schwanz haben ey oh ja das höchste Schlimmster im ganzen Viech deckt das Schlimmster im ganzen Viech das man im Kopf abbreitet das ist so asiat ich kenne den Kopf ab also wir werden so ewig gebraucht für die Wollingquist ich sag nicht dass man es unter 15 schaffen holt mich mal da raus der heilt sich weil wenn du mich frisst was was raus du Spaß raus die AP ging gar nicht drunter nein in der weiß ich habe keine Heiser mehr und durch morgen die ich hab's mal geschafft so viel er hat man geschafft aber da haben sie sich und das kommt wieder der Dings das auf es gibt die Eier ich habe sie sind in den Stichkasten die United ich habe nicht so viele wie geht die reihe schiener bist du er die obere wahrscheinlich also wieso wollt ihr den machen Magena ich hasse ich ohne Witz ja mein Gott es muss man kann nicht alles haben muss ich hatte wieder den ekligen Passau den holen jetzt runter hast du hp-hack an hp hat er nur 100 mal 2000 also 4500 1000 8500 von wie viel Alter Philipps Bermann eine Falle bitte und dann haust du auf den Rücken und ich auf Alter Fallgrube oder Falle Fallgrube und dann gestorben Rücken und Strubbeln muss auch auf den Rücken gehen dann machen wir wenigstens mal ein bisschen Schaden ihr habt den Mann allein eine Viertelstunde geschafft aber nicht mit Feuer hau mich hau mich hau mich hau mich hau mich hau mich ihr seid solche Noobs da sind zwei Leute um mich rum ich hab grad geschaut ihr schaust nicht scheiß facken ich hab grad die Waffe rauskohlen ich schwäle schon die Waffe raus wenn euch das mal entfliegt Result oh mein Gott ja Philipp jetzt nehm die Waffe wieder auf der lächst du woanders steht die Waffe ja die Waffe euxet euch alle man bang ich habe einen Schnaps ich bin nämlich cool, weiiich Ik will 你 Arschloch Alkoholwinken das macht man alles cooler und ich bin auch cool ich verschlag Leute in der U-bahn hehehe progressively cool mach alles cool ist wir treffen uns nächsten Samstag und trappen ein paar Leute in der Uhr an Treppen ist ja man wir haben auch sonst nichts zu tun es macht wirklich Bock doch sonst wenn sie dann halt wenn die dann immer so Eisbluten das ist ja und fast Totsinn und Nadewindsloch dann treppen wir noch ein wenig ne okay das macht immer so Bock man dann kriegt's extra points Philipp ich weiß wenn du mal Schaden machst ja Philipp ich hab's eine Waffe ja ich hab aus der Luft geschnitzt oh wir haben ihn geschnitzt ja ich hab muss die Luft geschnitzt ich habe ein Buchstuhl dort sei Dank der Mann die liebste haben gern vor ich habe sie beraten der Sturm ist der Einzige der Schaden macht er hat mich in der Stamm Gott sei Dank der Sturm ist der Einzige der Schaden macht China ist ohne was muss er bisher Herausforderung sein weil ich sie in den Schaden macht dann wird es zu kurz sein ja zu kurz und das wird ganz sicher hey geh weg von mir hey geh weg von mir wir können erst an machen wenn der Hunger hat für die irgendwas ein und den Schnellhundig zu machen der Mitruhr ich habe bestellen die Pommes und zu mir was zu vorstellen dass es hinkommt Jan Stein liegt das so heftig Hunger wir haben 60 Schuss nur was 60 Nuno ja alter leck mich am Arsch dann muss er halt mit der Waffe zuschlagen dann ja ey Gomeru Lungo oh Gott oh Gott ich hasse Beraterlos man ich finde ihn ja cool voll geil so nager wäre es voll cool gewesen mit Feuerwaffen war ich alles so schön ja aber das Leben ist kein Ponyhof Hieber und vorhin sei ich noch ja Alter ihr braucht unbedingt äh fährende Hingabe oh der hat Hunger wo ist das erotisch wie sagt der Hunger bei der Attacken Spend ja guck mal jetzt tauntete wie dumm ich habe man seinem Schwanz geh oh Strobel schlägt oh er ist K.O Strobel schießt da irgendwo auf dem Rücken oder auf die Flügel eins von beiden oh Gott jetzt machen endlich mal ein bisschen Schaden das ist ja voll erotisch ey ich glaub's nicht du musst auf die Beine hauen ich glaub's nicht ich prall an seinem Schwanz ab Alter wie viel Schaden wir gemacht haben ach so ich könnte den HP mal wieder ausmachen das ist ja voll low jetzt muss man dann äh oh nice jetzt muss man dann gleich noch umhauen also an den Beinen und dann wie schlag ich Strobel pass auf oh Strobel ja ich bin im Hocken du Arschloch sein ist so naiv hat irgendjemand Lebenspulver nein good job team I love you oh sorry jetzt werfst du ihn doch um warum juckt's voll an die Eier oh ja oh Strobel steht sogar gut ich schaffte keinen K.O. nochmal also muss ich so draufhauen ich wunders überhaupt dass ich schon 2 K.O.s geschafft hab was tut der wegfliegen um zu essen dummheit das maul für ne dummheit wer isst denn heutzutage heute was äh fliegt der hin hau die Feuerwehr schaffen geht da haben eine die Feuerwurst die Feuerwurst aber 3 Euro das ist mir egal ich würde da nochmal eine wollen ja ja ich war geil hab ich so multimilliardäre da wär's so fett da wär's so fett da wär's so fett da wär's so fett da wär's so wie in dem einen äh Rammstein Video keine Lust die fetten Typen die die sind da so fett dass sie nicht mehr laufen können echt? oh die Feuerwurst man hat er schon fressen? ja schade scheiße man 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 und nun schon Kassel hier blockt ja danke für das meine letzten 10 Schuss auch noch Blocksch das ist echt eine Letzte ja ganz kleinslagerin und schauen ob da Muni gibt ja ich sterbe sie ja kein nice und dann sterbe ich nur weil ich wollte Feuerball bin und oh mein Gott hol mich raus ich hol dich da raus ich glaub an dich so wie du an mich glaubst aha umkauß ist besser als du als wenn du gehst ich hab zum ersten Mal Schwachstellenwirkung weil ich auf den Rücken hauen kann oh zwei Schläge bedarf ich ja hab nie ne Schwachstellen bei dem Großstil ich weiß wenigstens dass er Rücken hat so oh mein Gott es zum Glück gibt's Blocken mit dem Großschwert Philippil dich aah okay die Attack ist nicht schlimm und dreherzeit ein Golf oh ja wie viel HP ja du bist der Dreh der sich zu ihm und gibt ihm ich hab doch gesagt die brauchen nur einen Feuerball right on his face ein Bild bis auf dich allein gestellt ich bin im Lager ich habe noch nie gegen das Vieh ich kämpfe solch allein mit dem Feuergruß gegen das Vieh kämpfe warte okay warte okay 700 nur nur alter baut keine Scheiße jetzt wir sind zweimal verrückt gut keine Scheiße jetzt wir sind zweimal verrückt eins gut ganz schließen wie viel Geld haben wir ihm geben knapp 100 ja ich kann's schießen Alter das war als ein ein Megadreik und ein ähm mega 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 drei ja aber ich hab auch nur blaue Scherfe gehabt ich wüsste jetzt nur alleine schnell pilotot oh 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 ich bin allein ich bin schon wieder raus boah als ich komme rein und das Ding boah Gott ist trug und mich hat noch mehr Hanna ist verliebt heistert ach der geht nirgendwo hin der Uhren so der Rumpeln der Rumpeln Philipp er legt den Schock unter ihn dann kämpft ich den jetzt den Typen wir jetzt hat 700 AP Alter du mit deinem getötet ist ist mal voll aggressiv ja das gekämpft ist so ultra low da hat nur 5000 AP und du willst in Kämpfen mit der will genauso boah und sagen sie oh ich bin so voll fast und so nein das wäre so geil gewesen oh ja das wärs das Teil ist werden gleich gecutt oh umkauen stopp ich die Suppe drücken ja ich treffe nur der Flügel das ist schon wurscht der ist gleich tot jetzt kriegt er noch ein Megadreik und ist beinahe tot oh Gott ey wär ich nicht gewesen so dann haben wir echt gar nicht mehr gebraucht gar nicht mehr gebraucht aber wenn wir das jetzt ohne Strobe aufgenommen hätten hätte man ungefähr 7 Stunden braucht haben wir jetzt 38 Minuten ja die haben wir braucht 38 Minuten ja ja das ist äh wenn das instabilmonster kommt dann fängt die Zeit nochmal von vorne an ach so also nur für den Radverlust also mit 12 42 gebraucht und das vom anderen weiß ich nicht es ist so 25 Uhr da das ist ja ha 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 was ist du lieber hast du schon gestoppt tschau 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 tschau